Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind, um an diesem Treffen zur Verbreitung des Krishna-Bewusstseins teilzunehmen. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein versucht, die menschliche Gesellschaft dahin zu führen, dass das Leben eines jeden erfolgreich werden kann. Das heutige Thema lautet die wahre Bedeutung des menschlichen Lebens. Wir versuchen der ganzen Welt, diese Bedeutung klarzumachen. Das menschliche Leben erlangt man nach vielen, vielen Millionen von Jahren der Evolution. Wir sollten uns daran erinnern, dass es dem Padma Purana gemäß 8.400.000 Lebensarten gibt. Das Leben begann mit den Wasserwesen, denn wir können aus der vedischen Literatur verstehen, dass am Anfang der Schöpfung der gesamte Planet unter Wasser getaucht war. Die materielle Welt ist aus fünf groben Elementen zusammengesetzt. Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Neben diesen gibt es drei feine Elemente. Geist, Intelligenz und Ego. Hinter diesen Vorhängen befindet sich die spirituelle Seele, die von diesen acht Elementen bedeckt ist. Diese Auskunft bekommen wir aus der Bhagavad-Gita. Die Menschen sind nicht die einzigen Lebewesen, die eine spirituelle Seele haben. Wir alle sind spirituelle Seelen. Säugetiere, Vögel, Reptilien, Insekten, Bäume, Pflanzen, Wasserwesen und so fort. Die spirituelle Seele ist nur von verschiedenen Kleidern bedeckt, ebenso wie einige von ihnen weiße Kleidung, andere grüne und manche rote tragen. Aber uns geht es nicht um die Kleidung. Uns geht es um sie als spirituelle Seele. In der Bhagavad-Gita, fünftes Kapitel, achtzehnder Vers, heißt es, Der demütige Weise sieht Kraft wahren Wissens, einen gelehrten und freundlichen Brahmana, eine Kuh, einen Elefanten, einen Hund und einen Hundeesser mit gleichen Augen. Der Weise macht auf der Grundlage von Hautfarbe, Intelligenz oder Lebensform keine Unterschiede. Er sieht jedes Lebewesen als ein winziges spirituelles Teilchen. Es heißt, es gibt unzählige Partikel spiritueller Atome, die ein Zehntausendstel der Spitze eines Haares messen. Weil wir kein Instrument haben, um die Dimensionen der spirituellen Seele zu messen, wird das kleine Partikel der spirituellen Seele auf diese Weise definiert. Mit anderen Worten, die Seele ist so klein, dass sie kleiner ist als ein Atom. Dieses kleine Teilchen befindet sich in Ihnen, befindet sich in mir, im Elefanten, in gigantischen Tieren, in allen Menschen, in der Ameise, im Baum, überall. Wissenschaftliches Wissen kann jedoch die Dimensionen der Seele nicht berechnen, noch kann ein Arzt die Seele im Körper feststellen. Folglich kommen materielle Wissenschaftler zu der Schlussfolgerung, es gebe keine Seele. Aber das ist nicht so. Es gibt eine Seele. Die Gegenwart der Seele macht den Unterschied zwischen einem lebendigen Körper und einem toten Körper. Sobald die Seele aus dem Körper fortgeht, stirbt der Körper. Er hat keinen Wert mehr. Man mag ein noch so großer Wissenschaftler oder Philosoph sein, doch muss man zugeben, dass der Körper stirbt, sobald die Seele den Körper verlässt. Dann hat der Körper keinen Wert mehr und wird fortgeschafft. Das sollten wir verstehen. Die Seele ist wertvoll, nicht der Körper. Die Tatsache, dass die Seele wandert, wird in der Bhagavad-Gita erklärt. So wie jemand neue Kleider anzieht und die alten ablegt, so nimmt die Seele neue materielle Körper an und gibt die alt und unbrauchbar gewordenen auf. Wenn ein Anzug alt wird, legen wir ihn ab und ziehen einen anderen an. In ähnlicher Weise wechselt die Seele Kleider, je nach ihrem Wunsch. Weil die Seele ein winziges Bestandteil Gottes ist, hat sie göttliche Eigenschaften. Gott ist der höchste Wille, die höchste Macht, der höchste Unabhängige und wir, die wir winzige Bestandteile von ihm sind, haben alle diese Eigenschaften in winziger Menge. Wir haben einen Willen, Gedanken, Gefühle und Wünsche. In den Veden heißt es, dass Gott die höchste Lebenskraft unter allen Lebenskräften ist. Er sorgt auch für die Notwendigkeiten aller Lebewesen. Wir Lebewesen sind unzählig. Unsere Zahl hat keine Grenze. Gott jedoch ist einer. Er ist auch lebendig, wie wir. Doch wir sind winzige Partikel dieser Lebenskraft. Zum Beispiel hat ein Goldteilchen die gleichen Eigenschaften wie das Gold in der Mine. Wenn wir die Bestandteile eines winzigen Wassertropfens chemisch untersuchen, werden wir feststellen, dass man die gleichen Bestandteile auch im Ozean findet. In ähnlicher Weise sind wir mit Gott eins, da wir seine winzigen Bestandteile sind. Dieses göttliche Teilchen, die Seele oder die Lebenskraft, wandert von den Wasserwesen zu den Bäumen und Pflanzen. Von den Bäumen und Pflanzen zu den Insekten, dann zu den Reptilien. Dann zu den Vögeln und Säugetieren und schließlich zu den menschlichen Körpern. Darwins Evolutionstheorie ist nur eine Teilerklärung der Seelenwanderung. Darwin hat nur einige Informationen aus der vedischen Literatur übernommen, doch hat er keine Vorstellung von der Seele. Der Unterschied besteht darin, dass die Seele vom Wasserleben zu den Pflanzen und Bäumen wandert, dann zum Insektenleben, dann zum Vogelleben, dann zum Säugetierleben, dann zum menschlichen Leben. Und innerhalb des menschlichen Lebens bewegt sie sich vom unzivilisierten Leben zum zivilisierten Leben und so fort. Das zivilisierte Leben eines Menschen stellt den Höhepunkt der Evolution dar. Hier ist der Scheideweg. Von hier aus können wir wieder in den Kreislauf der Evolution zurückgleiten. Oder wir können uns zu göttlichem Leben erheben. Wir haben die Wahl. Das wird in der Bhagavad-Gita angedeutet. Die menschliche Form des Lebens bedeutet im Grunde entwickeltes Bewusstsein. Deshalb sollten wir unser Leben nicht wie Katzen, Hunde und Schweine verschwenden. So lautet die Anweisung. Obwohl unser Körper ebenso vergänglich ist wie der eines Hundes oder einer Katze, unterscheidet er sich dadurch, dass man mit ihm die höchste Vollkommenheit des Lebens erreichen kann. Wir sind winzige Bestandteile Gottes. Doch auf irgendeine Weise sind wir in das materielle Dasein gefallen. Jetzt müssen wir uns so entwickeln, dass wir nach Hause, zu Gott, zurückkehren können. Das ist die höchste Vollkommenheit. Es gibt tatsächlich noch eine andere Welt. Eine spirituelle Welt. In der Bhagavad-Gita heißt es hierzu, dennoch gibt es noch eine andere Natur, die ewig und transzendental zu dieser manifestierten und unmanifestierten Materie ist. Sie ist das Höchste und wird niemals vernichtet. Wenn alles in dieser Welt vernichtet wird, bleibt dieser Teil, wie er ist. In der materiellen Natur wird alles geschaffen, bleibt eine Zeit lang bestehen, erzeugt Nebenprodukte, schwindet und vergeht schließlich. Unsere Körper werden zu einem gewissen Zeitpunkt durch Geschlechtsverkehr geschaffen. Der Samen des Vaters verbindet sich mit dem Ei der Mutter, worauf ein erbsenförmiges Gebilde entsteht, in dem das Lebewesen oder die Seele Zuflucht sucht. Und weil es dort Zuflucht sucht, entwickelt es Hände, Augen und so fort. Diese Entwicklung ist in sieben Monaten abgeschlossen und im neunten Monat kommt der Mensch aus dem Mutterleib heraus. Es ist auf die Gegenwart der Seele zurückzuführen, dass sich das Kind entwickelt. Wenn die Seele nicht zugegen ist, gibt es keine Entwicklung und das Kind wird tot geboren. Wir können diesen toten Körper nehmen und chemisch konservieren, doch wird er sich nicht entwickeln. Entwicklung bedeutet Veränderung des Körpers. Wir alle hatten Babykörper, doch diese Körper existieren nicht länger. Der Körper eines Säuglings entwickelt sich zum Körper eines Kindes und dieser Körper entwickelt sich zum Körper eines Knaben und dieser Körper entwickelt sich zum Körper eines Jugendlichen, der schließlich zum Körper eines alten Mannes wird. Am Ende verschwindet der Körper vollständig. Die gesamte kosmische Manifestation, die gigantische Form dieser materiellen Welt, arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Sie wird zu einem gewissen Zeitpunkt geschaffen, entwickelt sich, wird erhalten und löst sich in einem bestimmten Punkt auf. Das ist die Natur der materiellen Welt. Sie wird in bestimmten Abständen manifestiert und vergeht wieder. Das Wort Pahva bedeutet Natur. Es gibt noch eine andere Natur, die sich niemals auflöst, die ewig ist. Als Jivas oder spirituelle Seelen sind wir ebenfalls ewig. Das wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Für die Seele gibt es weder Geburt noch Tod, noch hört sie, da sie einmal war, jemals auf zu sein. Sie ist ungeboren, ewig, immerwährend, unsterblich und urerst. Sie wird nicht getötet, wenn der Körper getötet wird. So wie Gott weder Geburt noch Tod kennt, so kann es auch für uns spirituelle Seelen weder Geburt noch Tod geben. Aber weil wir denken, ich bin der Körper, glauben wir, wir würden geboren werden und sterben. Solches Denken nennt man Maya oder Illusion. Und sobald wir aus dieser Illusion, die Seele mit dem Körper zu identifizieren, herausgelangen, erreichen wir die Stufe, die man als Brahmaputta bezeichnet. Wenn man erkennt, Ahang Brahmasmi, ich bin nicht dieser Körper, sondern spirituelle Seele, ein winziger Bestandteil des höchsten Brahman, erreicht man das, was man als Brahmanerkenntnis bezeichnet. Sobald man Brahmanerkenntnis erlangt, wird man glücklich. Wenn sie klar verstehen, dass es für sie weder Geburt noch Tod gibt, sondern dass sie ewig sind, werden sie dann nicht glücklich werden? Gewiss, wenn man daher Brahman verwirklicht, spirituell verwirklicht ist, hat man mit Begehren oder Klagen nichts mehr zu tun. Die ganze Welt begehrt nur und klagt. Die Afrikaner möchten wie die Europäer und Amerikaner sein, doch die Amerikaner haben ihr Imperium verloren und klagen jetzt. Auf diese Weise begehren die einen und klagen die anderen. In ähnlicher Weise ist das materielle Leben nichts weiter als eine Verbindung von Begehren und Klagen. Wir begehren nach so vielen Dingen, die wir nicht besitzen. Und wir klagen um solche Dinge, die wir verloren haben. Das ist unsere einzige Beschäftigung im materiellen Leben. Wenn wir jedoch erkennen, dass wir winzige Bestandteile der höchsten Persönlichkeit Gottes und dass wir Brahman sind, werden wir dieses Begehren und Klagen transzendieren. Die sogenannte universelle Brüderlichkeit oder Einigkeit, die die Vereinten Nationen zu erreichen versuchen, ist nur möglich, wenn sie auf die spirituelle Ebene oder zur Brahmanerkenntnis gelangen. Brahmanerkenntnis ist das Ziel des menschlichen Lebens. Man sollte sich nicht wie die Katzen, Hunde und Schweine abmühen. Das Schwein ist Tag und Nacht bestrebt, Kot zu finden. Und wenn es welchen findet, frisst es ihn und wird sexuell erregt und hat ohne Unterschiede Geschlechtsverkehr. Ein Schwein wird mit seiner Mutter oder Schwester oder irgendjemandem sonst geschlechtlich verkehren. Das ist das Leben eines Schweines. Die Schriften sagen jedoch, dass das menschliche Leben nicht dafür bestimmt ist, wie Katzen, Hunde und Schweine schwer für Sinnenbefriedigung zu arbeiten. Es ist dafür bestimmt zu erkennen, ich gehöre nicht zu dieser materiellen Welt, ich bin spirituelle Seele und ich bin ewig. Doch auf irgendeine Weise bin ich in dieses bedingte Leben der Geburt, des Alters, der Krankheit und des Todes gefallen. Die menschliche Form des Lebens ist dafür bestimmt, für diese vier materiellen Leiden, Geburt, Alter, Krankheit und Tod, eine Lösung zu finden. Das ist das Ziel des menschlichen Lebens. Versuchen Sie bitte zu verstehen, dass das menschliche Leben nicht dafür bestimmt ist, sich so schwer wie die Schweine abzumühen, nur um etwas Sinnenbefriedigung zu genießen und dann plötzlich zu sterben. Menschen, die nicht an die Seele glauben, befinden sich in einer sehr beklagenswerten Lage. Sie wissen nicht, woher sie kamen, noch wohin sie gehen. Wissen von der Seele ist das wichtigste Wissen, doch wird es in keiner Universität gelehrt. Aber was ist die Beschaffenheit dieses Körpers? Worin besteht der Unterschied zwischen einem toten Körper und einem lebenden Körper? Warum lebt der Körper? Was ist der Zustand des Körpers? Und was ist der Körper wert? Heute beschäftigt sich niemand mit diesen Fragen. Doch durch die Bewegung für Krishna-Bewusstsein versuchen wir, die Menschen zu informieren, so dass sie verstehen können, dass sie nicht ihr Körper, sondern spirituelle Seele sind. Die Aufgabe des menschlichen Lebens ist eine andere als die der Katzen und Hunde. Das ist unsere Botschaft. Was die Seele betrifft, so setzt sich der Evolutionsvorgang fort. Und wir kämpfen ums Dasein. Kämpfen, um zum Punkt ewigen Lebens zu kommen. Das ewige Leben ist möglich. Wenn Sie in dieser menschlichen Form des Lebens Ihr Bestes versuchen, können Sie im nächsten Leben einen spirituellen Körper bekommen. Ihr spiritueller Körper befindet sich bereits in Ihnen. Und er wird sich entwickeln, sobald Sie von der Verunreinigung des materiellen Daseins frei werden. Das ist das Ziel des menschlichen Lebens. Die Menschen wissen nicht, was wirkliches Selbstinteresse ist. Wirkliches Selbstinteresse ist, sich selbst zu erkennen. Zu erkennen, ich bin ein winziges Bestandteil Gottes und ich muss in das Königreich Gottes zurückkehren, um mich Gott anzuschließen. So wie wir hier ein Gesellschaftsleben haben, so hat Gott im spirituellen Königreich ein Gesellschaftsleben. Sie können sich ihm dort anschließen. Sie werden nicht zu einem Nichts, wenn der Körper aufhört zu existieren. Nein, das ist eine falsche Vorstellung. In der Bhagavad-Gita sagt Krishna zu Arjuna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, niemals gab es eine Zeit, als weder ich noch du noch all diese Könige existierten. Noch wird in Zukunft einer von uns aufhören zu sein. Der Vorgang, ewiges Leben zu erlangen, ist sehr einfach, doch sogleich sehr schwierig. Es ist schwierig, weil die Menschen am Anfang nicht daran glauben, dass die Seele wandert. Wenn wir jedoch Wissen von den Autoritäten entgegennehmen, wird der Vorgang sehr einfach. Unser Vorgang des Krishna-Bewusstseins besteht darin, Wissen von Krishna, dem vollkommensten Wesen, entgegenzunehmen und nicht von einem gewöhnlichen Wesen, das durch die Gesetze der materiellen Natur bedingt ist. Wissen, das man von einem bedingten Wesen annimmt, ist mit Sicherheit fehlerhaft. Was sind die Fehler der bedingten Seele? Es ist sicher, dass sie Fehler begeht. Es ist sicher, dass sie in Illusion gerät. Es ist sicher, dass sie andere betrügt. Und es ist sicher, dass sie unvollkommene Sinne hat. Wir können kein vollkommenes Wissen erlangen, weil wir andere betrügen wollen und weil unsere Sinne unvollkommen sind. Obwohl unsere Sinne unvollkommen sind, sind wir auf unsere Augen sehr stolz. Und wir wollen alles sehen. Deshalb sagt oft jemand, können Sie mir Gott zeigen? Im Grunde lautet die Antwort, ja. Warum können Sie Gott nicht jeden Augenblick sehen? Krishna sagt, Ich bin der Geschmack des Wassers. Jeder trinkt Wasser und der Geschmack ist da. Wenn wir also denken, dass dieser Geschmack Gott ist, fangen wir mit dem Vorgang der Gotteserkenntnis an. Krishna sagt auch, Ich bin der Sonnenschein und ich bin das Mondlicht. Wir alle sehen jeden Tag den Sonnenschein und das Mondlicht. Und wenn wir denken, wie kommt es, dass die Sonne und der Mond Licht aussenden, werden wir letztlich Gott erreichen. Es gibt so viele Beispiele. Wenn Sie Gottesbewusst werden wollen und Gott erkennen möchten, ist das nicht sehr schwierig. Sie müssen nur den vorgeschriebenen Methoden folgen, wie es in der Bhagavad Gita heißt, Tato Mang, Tattva To, Gjatva. Wir müssen einfach versuchen, Gott in Wahrheit zu verstehen und versuchen, sein Erscheinen, sein Fortgehen und seine Tätigkeiten zu verstehen. Wenn wir ihn in Wahrheit verstehen, treten wir sogleich in das Königreich Gottes ein. Nach Verlassen dieses Körpers kehrt derjenige, der Gott oder Krishna versteht, nicht wieder zurück, um einen weiteren materiellen Körper anzunehmen. Krishna sagt, Mang eti, er kommt zu mir. Das ist unser Ziel. Deshalb sollten wir unsere Zeit nicht damit verschwenden, wie Katzen und Hunde zu leben. Wir sollten bequem leben, doch sollten wir zugleich Krishna bewusst oder Gottes bewusst sein. Das wird uns helfen, glücklich zu werden. Ohne Gott zu verstehen und ohne Gottes bewusst zu werden, gibt es keine Möglichkeit des Friedens und des Glücks. Der Weg, Frieden und Glück zu erlangen, wird in der Bhagavad Gita erklärt. Wenn Sie wirklich Gott verstehen wollen, ist er sehr leicht zu verstehen. Gott ist der Besitzer aller Dinge. Ishwariyam idam saram. Unglücklicherweise denken wir, ich bin der Besitzer. In ihrem Land zum Beispiel haben die Engländer eine Zeit lang den Anspruch erhoben, die Besitzer zu sein. Jetzt erheben sie diesen Anspruch. Wer weiß, was in der Zukunft geschehen wird? Im Grunde weiß niemand, wer der wirkliche Besitzer ist. Das Land ist da und es ist das Eigentum Gottes. Doch wir denken, ich bin der Besitzer. Mir gehört dieses und mir gehört jenes. Amerika zum Beispiel existierte schon, bevor die Europäer dorthin kamen. Doch jetzt denken die Amerikaner, wir sind die Besitzer. In ähnlicher Weise dachten vor ihnen die Indianer, wir sind die Besitzer. In Wirklichkeit verhält es sich so, dass kein Mensch irgendetwas besitzt. Der Besitzer ist Gott. Der Herr beherrscht und besitzt alles Beseelte und Unbeseelte im Universum. Der Mensch sollte daher nur solche Dinge annehmen, die er braucht und die ihm als Anteil zur Verfügung gestellt sind. Er soll nicht andere Dinge annehmen. Weiß er wohl, wem sie gehören? Eshopanishad 1 Diese Erkenntnis fehlt. Krishna erhebt Besitzanspruch auf alle Formen, einschließlich amerikanischer Formen, afrikanischer Formen, Katzenformen, Hundeformen, Baumformen und so fort. Denn in Wahrheit ist er der Besitzer und der Höchste Vater. Wenn wir einfach nur das erkennen, erreichen wir Gottes Erkenntnis. Wenn wir Gott erkennen, wie es in den autorisierten Büchern und vedischen Schriften vorgeschrieben ist, werden wir sehen, dass es keine Streitigkeiten mehr zwischen dieser oder jener Partei geben wird. Alle werden in Frieden leben. Jeder hatte das Recht, Gottes Eigentum zu benutzen. Ebenso wie ein Sohn das Recht hat, auf Kosten seines Vaters zu leben. Es heißt in den Schriften, dass man sogar einem kleinen Tier in seinem Haus etwas zu essen geben muss. Das ist spiritueller Kommunismus. Niemand sollte hungern, nicht einmal eine Schlange. Jeder hat Angst vor Schlangen. Doch wenn wir sehen, dass eine Schlange in unserem Haus lebt, ist es unsere Pflicht, darauf zu achten, dass auch die Schlange gefüttert wird. Das ist die Sicht des Gottesbewusstseins oder Krishna-Bewusstseins. Samaha, Sarveshu, Bhuteshu. Jemand, der sich auf der transzendentalen Ebene befindet, ist allen Lebewesen gleichgesinnt. Deshalb heißt es in der Bhagavad-Gita, dass man sein hingebungsvolles Leben tatsächlich beginnt, wenn man jeden als gleich, das heißt als winziges Bestandteil des höchsten Herrn, ansieht. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein versucht, auf autoritative Weise jedem verständlich zu machen, was er ist und was das Ziel des Lebens ist. Dieser Vorgang der Läuterung des Herzens ist sehr leicht durchführbar. Man braucht nur den Maha-Mantra zu chanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Man kann tatsächlich beobachten, dass es in dieser Bewegung Jungen und Mädchen aus verschiedenen Ländern und von verschiedenen Religionen gibt. Doch niemand kümmert sich um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, einem bestimmten Land oder einer bestimmten Religionsgemeinschaft. Uns geht es nur darum, uns selbst und unsere Beziehung zu Gott zu verstehen. Gott ist der höchste Besitzer und wir alle sind seine Söhne oder Diener. Lassen Sie uns daher im Dienst des Herrn tätig sein, wie es in der Bhagavad Gita empfohlen ist. Sobald wir verstehen, dass Gott der Besitzer aller Dinge ist, werden alle Probleme der Welt gelöst sein. Das mag einige Zeit dauern. Man kann nicht erwarten, dass jeder diese hohe Philosophie verstehen wird. Doch wenn die intelligenten Menschen in jedem Land versuchen, sie zu verstehen, wird das ausreichen. In der Bhagavad Gita heißt es, was immer ein bedeutender Mensch tut, die gewöhnlichen Menschen folgen seinem Beispiel. Und welche Maßstäbe auch immer er durch sein beispielhaftes Verhalten setzt, alle Welt folgt ihm nach. Wir fordern daher die intelligentesten Menschen der Welt auf, diese Krishna-bewusste Philosophie zu verstehen und zu versuchen, sie auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wir sind jetzt in diese afrikanischen Länder gekommen und ich fordere alle intelligenten Afrikaner auf, zu uns zu kommen, diese Philosophie zu verstehen und sie zu verbreiten. Sie sind um Entwicklung bemüht. Entwickeln Sie sich spirituell. Denn spirituelle Entwicklung ist gesunde Entwicklung. Ahmen Sie nicht die Amerikaner und Europäer nach, die wie Katzen und Hunde leben. Solche Zivilisationen, die auf dem Bewusstsein der Sinnenbefriedigung aufgebaut sind, können nicht von Dauer sein. Die Atombombe ist bereits da. Und sobald der nächste Krieg ausbricht, werden alle ihre Wolkenkratzer und alles andere zerstört werden. Versuchen Sie dies aus dem wirklichen Blickwinkel menschlichen Lebens, dem spirituellen Blickwinkel, zu verstehen. Hierum geht es der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Wir bitten Sie daher, den Versuch zu machen, diese Philosophie zu verstehen. Vielen Dank. Dies war eine Rede von Srila Prabhupada aus dem Jahre 1976 an der Universität in Nairobi. Sie ist abgedruckt im Buch Die Schönheit des Selbst.